Darf ich vorstellen, das ist Marie und Marie hat ein kleines Problem. Als sie nämlich letztes Wochenende gemeinsam mit ihren Freunden auf einer Party war, hat einer ihrer Kumpels aus Versehen ihr Smartphone fallen lassen. Und jetzt hat Marie auf ihrem Smartphone die Spider-App. Das hat Marie ganz schön genervt, aber zum Glück hatte sie direkt die passende Idee. Von ihrem letzten Ferienjob hat sie nämlich noch ein bisschen Geld übrig, das sie für ein neues Smartphone ausgeben könnte. Sie macht sich also direkt auf die Suche im Internet und stößt auf folgendes Angebot. Beim Elektrofachmarkt in der nächsten Stadt gibt es das Smartphone, das bisher immer 570 Euro gekostet hat, in einer Rabattaktion mit minus 15% Rabatt, also 15% billiger. Von ihrem letzten Ferienjob hat Marie noch 490 Euro übrig. Um zu wissen, ob das Geld tatsächlich für das Smartphone reicht, muss sie jetzt den Rabatt ausrechnen. Aber wie macht man das jetzt? Bisher haben wir gelernt, wie man den Prozentwert von etwas ausrechnet und genau das machen wir jetzt bei unserem Beispiel. Das Ganze wie gewohnt mit dem Dreisatz und wir beginnen mit 100%. 100% entspricht, jetzt schauen wir uns das Angebot mal an. Wir wissen, der ganze Preis von dem Smartphone sind im Moment 570 Euro. Also 100% entspricht 570 Euro. Im nächsten Satz rechnen wir immer runter auf 1%. Hierfür teile ich auf der linken Seite durch 100 und das gleiche mache ich dann auch auf der rechten Seite. Wie gewohnt schreibe ich die 1% ab und rechne das Ergebnis auf der rechten Seite aus. Und erhalte, 1% entspricht 5,7 Euro. Als kleiner Tipp, wenn man hier nicht mit dem Taschenrechner oder mit einer Nebenrechnung arbeiten möchte, wenn man eine Zahl wie hier oben durch 100 teilt, dann verschiebt man das gedachte Komma hier hinten einfach um zwei Stellen nach links und erhält dann eben die Zahl 5,7. Jetzt folgt noch der dritte Satz. Wir wissen, es geht in unserem Beispiel um 15%, die wir berechnen wollen. Deswegen muss ich jetzt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite mal 15 nehmen. Auch hier schreibe ich die 15% zunächst nochmal ab und rechne dann das Ergebnis auf der rechten Seite aus. Als Ergebnis erhalte ich 85,50 Euro. Das heißt 15% von 570 Euro entsprechen 85,50 Euro. Was ich hier jetzt ausgerechnet habe, das ist mein Rabatt. Rabatt bedeutet jetzt aber nicht, dass das hier der neue Preis von unserem Smartphone ist, sondern das ist der Betrag, der vom eigentlichen Preis noch abgezogen werden muss. Wir rechnen also den alten Preis 570 Euro minus den Rabatt, den wir berechnet haben, 85,50 Euro und erhalten dann unser Ergebnis. Das Smartphone kostet mit dem Rabatt insgesamt also 484,50 Euro. Ich zeige das Ganze hier nochmal ein bisschen deutlicher. Das Prinzip ist beim Rabatt immer das gleiche. Man hat einen alten Preis, man hat den Rabatt, den man abziehen muss davon und erhält auf diesem Wege dann eben den neuen Preis. Bei unserem Beispiel war der alte Preis 570 Euro. Der Rabatt, den wir über den Prozentwert ausgerechnet haben, lag bei 85,50 Euro. Und indem wir diesen Rabatt eben vom alten Preis abgezogen haben, sind wir auf unser Ergebnis gekommen. Nämlich 484,50 Euro. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserer eigentlichen Frage, warum wir den Rabatt ausgerechnet haben. Ihr erinnert euch noch? Maries Smartphone ist auf einer Party leider kaputt gegangen und sie hat von ihrem Ferienjob noch ungefähr 490 Euro übrig. Im Internet hat sie dann ein tolles Angebot für ein Smartphone entdeckt. Auf das Smartphone, das eigentlich 570 Euro kostet, hat sie jetzt 15% Rabatt bekommen. Der neue Preis, den sie ausgerechnet hat, liegt bei 484,50 Euro. Sie kann sich das neue Smartphone also leisten. Marie ist sehr zufrieden mit ihrem Kauf und teilt ihren ganzen Freunden direkt mit, dass sie wieder erreichbar ist. Bei der nächsten Party passt sie bestimmt besser auf ihr Smartphone auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.